Herzlich Willkommen hier bei WeLoveMMA. Das Event in Nürnberg ist Geschichte. WeLoveMMA hat nach 581 Tagen mal wieder in einer deutschen Arena Station gehalten und hat ein Event veranstaltet. Wir hatten im Main-Event Leo Lauber vs. Peter Niari. Co-Main-Event war Mario Wittmann vs. Nils Wernersbach und wir hatten weitere super gute Kämpfe auf der Fightcard. Erst einmal Respekt an jeden einzelnen Kämpfer, der da in den Käfig gestiegen ist. Respekt an alle, die da eine geile Show abgeliefert haben. Danke auch an die Fans, die in der Arena dabei waren und eine geile Stimmung verbreitet haben. Kommen wir zu unserem neuen Champion im WeLoveMMA-Mittelgewicht. Leo Lauber konnte in der ersten Runde Peter Niari besiegen und bekam dafür nicht nur Lob von den Fans, sondern auch von Ex-WeLoveMMA-Champion und dem aktuellen UFC-Fighter Dustin Stolzfuß. Denn Dustin Stolzfuß war bei WeLoveMMA zu Gast und hat ihm quasi auch den Gürtel mitgebracht und damit die Fackel übergeben. Leo Lauber hat gut in den Kampf gefunden, aber Hut ab vor Peter Niari, der auch in der ersten Runde richtig Dampf gegeben hat. Peter Niari konnte auch gute Treffer landen, ist dann auf den Takedown geschootet, konnte diesen Takedown auch bringen, hat aber dann auf dem Boden Ground & Pound einstecken müssen. Leo Lauber konnte sich also von dem Ground Game, von dem Wrestling befreien und konnte dann mit starkem Ground & Pound diesen Kampf beenden. Respekt an beide Kämpfer. Leo Lauber hier mit wirklich wuchtigen Schlägen auf dem Boden und Peter Niari, der hat trotzdem Kampfgeist bewiesen und hat ein wahnsinnig gutes Kämpferherz gezeigt. Im Komen Event hatten wir Mario Wittmann vs. Nils Wernersbach. Ein Fight, der über volle drei Runden ging. 15 Minuten ging der Fight und wir hatten hier alles gesehen. Wir hatten starke Legkicks von Mario Wittmann, wir hatten die Octagon Control in der zweiten und dritten Runde bei Wernersbach und wir hatten einen geilen Fight im Stand-Up. Die Judges haben diesen Fight Nils Wernersbach gegeben und Mario Wittmann hatte in der ersten Runde, direkt in der ersten Minute sogar sich seine Hand gebrochen, was erklärt, warum es direkt nach dieser ersten Minute einen Wechsel in der Auslage gab und sowas ist natürlich für einen Kämpfer belastend, wenn diese Schlaghand, wenn die stärkere Hand verletzt ist, gebrochen ist und man damit nicht mehr zuschlagen kann. Das hatten wir auch bereits in der UFC. Das ist vielen Athleten schon passiert, aber nichtsdestotrotz ist das ärgerlich. Beide waren hier in Top-Form. Mario Wittmann mit einer wahnsinnig guten Füße ist supergut in Form gewesen, aber das war nicht sein letzter Fight und wir dürfen gespannt sein, wie es da in der Zukunft weitergeht. Joel Batobo und Abdul Gahad Tajik haben sich in der ersten Runde ja mal direkt miteinander befeuert. Wer den Fight nicht gesehen hat, schaut euch wenigstens die erste Runde zwischen Tajik und Joel Batobo an. Das war ein Feuerwerk. Starke Punches, dann auf den Takedown, wahnsinnig schöne Szenen, die wir da gesehen haben und allgemein muss man sagen, war das Event grandios. Für alle, die jetzt nicht dabei waren, kein Problem, ihr könnt euch mit Bild Plus das ganze Event im Real Life anschauen und die Wiederholung anschauen, auch mit den Kommentatoren und Co. Schaut es euch auf jeden Fall an. Wheel of MMA hat noch ein paar Termine offen in Deutschland. Wir kommen nach Hamburg, Stuttgart, Berlin, München, überall. Also kommt auf jeden Fall vorbei, kauft euch die Tickets, schaut auf wheelofmma.de vorbei. Also Leute, wir haben einen neuen Champion im Mittelgewicht. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wer wird Leo Laubers nächster Gegner? Was meint ihr? Schreibt es unten rein. Folgt wheelofmma auf Instagram und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Auspodden Memphis Coco